Die wissenschaftlich-technische Revolution führt auch im Schienenfahrzeugbau zu einer immer stärkeren Spezialisierung und zunehmenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die heute bereits den nationalen Rahmen sprengt und zu einer internationalen Kooperation im Schienenfahrzeugbau zwingt. In der Deutschen Demokratischen Republik ist der Schienenfahrzeugbau einer der strukturbestimmenden Wirtschaftszweige. Wir sind zum Beispiel der größte Reisezugwagenexporteur der Welt. Hier im VEB Waggonbau Görlitz werden gerade Doppelstock-Einheiten für den Export in die Volksrepublik Polen montiert. Dieser Betrieb hat auch große Tradition im Triebwagenbau. So entstehen hier für die Deutsche Reichsbahn Leichttriebwagen für den Einsatz auf Strecken mit geringem Personenverkehr und moderne Schnelltriebwagen der Bauart Görlitz, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde ausgelegt sind. Ein anderer Großbetrieb des DDR-Schienenfahrzeugbaus, der VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler in Hennigsdorf, produziert im Auftrage der Deutschen Reichsbahn Diesellokomotiven der Baureihe V60 für den Rangierdienst und der Baureihe V100 für den leichten Zugdienst. Diese Lokomotivtypen und die Diesellokomotiven der Baureihe V180 bestimmen bereits heute maßgeblich das Profil der Traktionsmittel der Deutschen Reichsbahn. Stärkere Diesellokomotiven importieren wir im Rahmen der sozialistischen Kooperation und des RGW aus der Sowjetunion. Dadurch werden in unserer Republik keine zusätzlichen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten gebunden. Der VEB LEW Hans Beimler stellt außer Diesellokomotiven auch elektrische Triebfahrzeuge für die Deutsche Reichsbahn her. Das Werk ist zugleich der größte Grubenlokomotivproduzent der Welt. Weitreichend sind auch seine Außenwirtschaftsbeziehungen im Export von Lokomotiven. So werden zum Beispiel die Züge auf der Strecke zwischen São Paulo und der Hauptstadt Brasilia von Diesellokomotiven aus Hennigsdorf befördert. Größter Abnehmer von elektrischen Grubenlokomotiven ist die Sowjetunion, die uns im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten starke Diesellokomotiven liefert. Sie sind speziell für die europäischen sozialistischen Staaten von der Sowjetunion entwickelt worden. Werter Genosse Tschernikow, wir hätten von Ihnen gerne gehört, welche Diesellokomotiven die UdSSR im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in die DDR liefern wird. Im Jahr 1969 erhält die Deutsche Reichsbahn 100 Dieselokomotiven V200 zusätzlich zum langfristigen Handelsabkommen. Mit diesen Lokomotiven, die jede für sich ein Millionen Objekt darstellen, ist es möglich, den Traktionswechsel erheblich zu beschleunigen. Außer der V200 bauen wir in Lugansk zur Zeit für Sie die V300. Diese Lokomotive wird als Universallokomotive für Schnell- und Güterzüge gefertigt. Sie hat einen Dieselmotor mit 3000 PS Leistung und eine Höchgeschwindigkeit von 140 kmh. Diese Lokomotive wird mit elektrischer Zugheizung geliefert. Und was dann später kommen wird, bei uns in Lugansk bestehen Projekte für eine Diesellok mit 4000 PS und 160 kmh. Ich bitte Sie, die sowjetischen Lokomotivbauer zu grüßen und Ihnen auszurichten, dass die sowjetischen Großdiesellokomotiven wesentlichen Anteilen an den Erfolgen haben, die unsere Eisenbahner im Rahmen der Vorbereitung des 20. Jahrestages der DDR erreicht haben. Durch diese brüderliche Hilfe der Sowjetunion ist es möglich, die Traktionsumstellung bei der Deutschen Reichsbahn bis 1975 abzuschließen und die schwierige Arbeitskräftesituation zu lösen, sowie die Energielage zu entlasten.